Guys, ich meine Leute, hört mir zu, wenn ich richtig liege, bin ich sehr, sehr traurig. Ihr alle in Deutschland weißt, dass Jay normalerweise der lustigste Ninjago-Charakter sein sollte, aber das ist überhaupt nicht lustig. Hört zu, was Jay sagen wird. Es ist dort schon über ein Jahr, wird Zeit, dass wir ihn finden. Äh, hi, entschuldigen Sie die Störung, Cole, Meister der Erde, und das ist Jay, Meister des Tapans. Es ist letztes. Ja. Habt ihr das gehört? Es hört sich so an, als ob der arme Jay kein Selbstverwürfung wollte. Und deswegen habe ich euch darum zu warnen, dass die heutige Stimme von Jay viel, viel schlimmer ist. Und deswegen meine deutschen Zuschauer, auch Österreicher und Schweizer Zuschauer, ja, erzählten auch dazu. Bitte. Bitte. Beschütze mich nicht. Bitte. 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 Ich werde ihn zurück an den Filmjahr des Blitzes sehen, wie er Jay viel und wie zum Beispiel spricht. Denn ohne ihn im Fernsehen zu hören, hätte es sich sehr, sehr schade. Ich bin so traurig, dass zum Bier nicht mehr Jay spielt. Ich meine, komm schon. Jay's antige Stimme hört sich scheiße an. Aber Jay's Stimme vor Staffel 8 fanden wir alle so gut und lustig. Du wärst da. Ich wünschte du mehr zurück als der Ninja des Blitzes. Bitte. Gert's zurück. Wir sehen uns beim nächsten Mal.